In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Sie lassen ihre Panzer im Parkhaus stehen. Und vor dem Kaffee kreuzeln die Sonne Kördchen sehen. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Sie kommen uns besuchen, einfach nur mal so. Mit Kaffeechen und Kuchen und frischem Piccolo. Wer für sie spricht, dann vergessen sie nicht. Der Russen, der ist schlecht. Ich frag, welcher denn? Das sind doch mehrere, ja, da hätt ich auch noch wieder recht. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Wir bringen auch Geschenke mit, für die Mädels und viele die Freier. Kaviar und Vodka und russische Eier. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Kaviar und Vodka und Vodka und Vodka. Kaviar und Vodka und Vodka. Kaviar und Vodka. Musik 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 Überhaupt ist alles voll im Zahn, weil man sie so prima versteht. Und die Russen sind ja gar nicht so, wie immer in der Zeitung steht. Und die Leute schnippen, bockst du's auf dem Brand und alle ballern sich einen Reib. Und mit den leeren Flaschen schmeißen die Russen unsere schöne Mauer ein. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Koförsendamm. In 15 Minuten sind die Russen auf dem Koförsendamm.